Musik Also da ich sie ja jetzt bei ihrer Reise dorthin auch begleiten werde, also ich werde mir heute Kommen zum ersten Mal anschauen, bin auch ganz neugierig drauf auf dieses Freilichtmuseum und vielleicht ist das dann ein weiterer Ausflugszielpunkt auf der Liste What to do at the weekend. Ich freue mich drauf. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.